Gott ist groß. Welcher Gott? Deiner oder meiner? Einfach Gott, mein Freund. Das große Mysterium des Lebens, all das. Ein geliebter Mensch, die Sehnsucht nach ihm. Die Liebe zu einem Kind oder die Hilfe, die du plötzlich erhältst, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst. Geht einher mit Gott. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und an alles in ihnen glaube ich fest. Deine Familie ist ein klein bisschen frommer als wir. Bei uns wird man Pfarrer seit 250 Jahren. Du bist Pfarrer und du hast unheimlich viel Potenzial. Hast du je einen getroffen, auf den du keinen guten Eindruck machst? Es läuft einfach. Es regnet nur so auf dich, Otto. Und du bist wohl der andere, der nichts hat. Gute Reise in die hohen Berge. Vielleicht kommst du Gott hier ein bisschen näher. Jetzt ist er 30 Jahre alt und er hat noch nichts, er hat noch nichts auf die Reihe gekriegt. Nichts? Erzähl mir bloß nicht. Ich darf meine Kinder nur lieben, wenn sie was leisten. Wir zwei hätten eine glasklare Absprache. Es passiert nicht hier, nicht bei uns zu Hause. Du überschreitest alle Grenzen. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Tu, was du nicht lassen kannst. In dieser Familie gibt man sich nicht geschlagen. Gut, da bist du nicht. Danke, dass du nicht. Ich ziehe deinen Excepten. 乾al.